Hi und willkommen auf unserem Kanal. Zu guter Letzt haben wir die Akaso EK7000 Pro Action Cam, eine erschwingliche Action Cam, die dennoch eine solide Leistung für den Preis bietet. Mit ihrer 4K-Auflösung und 20 Megapixel-Foto-Qualität liefert sie beeindruckende Aufnahmen mit klaren Details und lebendigen Farben. Die eingebaute Wi-Fi-Funktion ermöglicht eine einfache Verbindung mit Smartphones, um Aufnahmen zu teilen und die Kamera aus der Ferne zu steuern. Das wasserdichte Gehäuse und das vielseitige Montagezubehör machen sie ideal für Outdoor-Abenteuer und Unterwasseraufnahmen. Die eingebaute Bildstabilisierung trägt dazu bei, verwackelte Aufnahmen zu minimieren und eine reibungslose Videoqualität zu gewährleisten. Mit ihrem erschwinglichen Preis und soliden Funktionen ist die Akaso EK7000 Pro Action Cam eine großartige Wahl für Einsteiger und budgetbewusste Nutzer, die eine zuverlässige Action Cam suchen. Zusammenfassend bieten diese drei Action Cams unter 100 Euro eine solide Leistung und Funktion für alltägliche Abenteuer und Aufnahmen. Je nach euren individuellen Anforderungen und Präferenzen kann eine dieser Kameras die perfekte Wahl für atemberaubende Aufnahmen sein, ohne das Budget zu springen. Natürlich hat auch jedes Gerät seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, welches Gerät am besten zu einem selbst und dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Geräte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Geräte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergisst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.